Wenn Walter White nach einem langen, anstrengenden Tag aus dem Labor nach Hause kommt, dann will er sich unbedingt erstmal irgendwas Bequemes überstreifen. Und das Coole ist, dabei muss er nicht mehr auf den Laboranzug-Look verzichten, denn es gibt ja diesen mega genialen Breaking Bad Laboranzug Overall. Das ist wirklich herrlich weich und super bequem. Es besteht zu 65% aus Polyester und zu 35% aus Baumwolle. Das hat den Nachteil, dass es die Schutzfunktion von so einem Anzug verliert. Dafür kann man es aber bei 30 Grad waschen, das ist da wiederum ein Vorteil. Es ist wie gesagt ganz schlicht gehalten, ist eigentlich hauptsächlich gelb, wie sich das gehört. Nur oben links hier auf der Brust, da hat man das Serienlogo und das noch so nettes Detail am Rande, wenn man die Kapuze aufsetzt, die ist im Stil von der Gasmaske aus der Serie gehalten. Eigentlich ziemlich cool. Und weil das so ist, könnte man jetzt herrlich und sagen, dass der Overall prinzipiell auch als Kostüm geeignet ist. Andere würden es vielleicht auch als Schlafanzug benutzen, ich weiß es nicht. Ich persönlich sehe es aber eher als bequemen Hausanzug für, weiß ich nicht, morgens beim Frühstück oder vielleicht auch abends, wie schon gesagt, beim Feierabend. Genau, was muss man hier noch wissen? Ganz klar, das ist eine Einheitsgröße, das ist ziemlich wichtig. In der Länge ist das Teil nämlich 1,69 Meter. Das heißt, so die 1,70 Meter sollte man selbst auch groß sein, damit es einigermaßen vernünftig aussieht. Das geht auf jeden Fall mindestens bis 1,80 Meter, vielleicht auch bis 1,85 Meter. Und drüber oder drunter, müsste man gucken, muss man vielleicht eher Probe tragen. Und damit ist eigentlich alles gesagt, außer vielleicht, dass er noch Taschen hat. Das ist aber eigentlich obligatorisch bei so einem Overall. Und natürlich haben wir vorne einen langen Reißverschluss, damit man ganz einfach rein bzw. wieder rauskommt. Und damit wenden wir dieses Video mit einem schönen Zitat von Walter White. Wir sind fertig, wenn ich sage, dass wir fertig sind. Jetzt. Wir sind fertig, wenn ich sage, dass wir fertig sind.